Dosen City Dosen City, oder Dosen, ist eine Stadt im Yukon in Kanada. Hintergrund Dosen war bis zum Goldrausch von 1896-1997 ein einfacher Handelsposten und eine Segemühe mit nur einer Handvoll Bewohnern. Nach dem legendären Goldfund von 1896 und dem anschließenden Klondike-Goldrausch wollte der Ort innerhalb des Sommers 1897 nach der Ankunft von etwa 7000 hölzernen Booten mit Goldsuchern aus Richtung Whitehorse schlagartig an, wurde zu Dosen City und hatte zu dessen Höhepunkt etwa 38.000 Einwohner, die zunächst überwiegend in Zelten hausten. Nach Ende des Goldrauschs verließen die meisten Einwohner die Stadt, von denen viele in Richtung des Küsten-Nordes Noma in Alaska am Pazifik zu den dort neu entdeckten Goldfunden zogen. Heute hat sie nur noch 1.904 Einwohner, Zählung 2009. Von 1898 bis 1952 war Dosen die Hauptstadt des Yukon-Territoriums, danach wurde Whitehorse die neue Hauptstadt. Heute ist Dosen eine kleine Stadt mit einem einzigartigen Western-Flair. Dazu tragen die unter Denkmalschutz stehenden restaurierten historischen Gebäude und die im historischen Stil gehaltenen Neubauten bei. Außer der Frontstreet als Highway am Fluss sind alle anderen Straßen Staubstraßen ohne Asphalt, bei Regen müssen Fußgänger die hölzernen Bürgersteige wie in alten Zeiten nutzen. Mit dem Flugzeug der Dosen City Airport, Ida, ist ein kleiner Flughafen mit Schotterpiste, der 15 Kilometer östlich von Dosen liegt. Es existieren Verbindungen nach Whitehorse und, nicht ganzjährig, nach Fairbanks, Alaska. Der Flug nach Whitehorse kostet etwa 150, Kett plus 5% GST plus Taxi zum und vom Flughafen. Mit der Bahn es existiert keine Bahnstrecken nach Dosen. Mit dem Bus Husky Bus, Telefonnummer, 867-993-3821, bietet von April bis September eine Verbindung zwischen Whitehorse und Dosen. Der Bus fährt in den Sommermonaten zwei bis drei Mal pro Woche. Die einfache Fahrt kostet 109 Dollar. Alaska-Shuttle.com fährt jeden zweiten Tag mit Minibus für bis acht Passagiere bei mindestens zwei Passagieren nach Whitehorse. Auf der Straße von Süden aus Whitehorse über den Klondike Highway, Yukon Highway 2. Der Highway ist landschaftlich reizvoll und gut gewartet. Unterwegs kann nach ca. halber Strecke über den etwa einen Kilometer Luftlinie entfernten Five-Finger-Rapid-Straß zur Besichtigung und zum Fotografieren gemacht werden. Kanuten bei ihrer gefährlichen Fahrt durch die Rapids wird man jedoch nur sehen, wenn man auf der Treppenanlage über hunderte Stufen runter zum Yukon River mit dem dort auf dem Uferfelsen installierten Besichtigungspunkt geht, weil die Sicht von oben mit dem Wald bis ans Ufer den von den Kanuten ausschließlich genutzten Weg zwischen Uferfelsen und erstem Felsen im Fluss versperrt, zwei Kilometer runter und zwei Kilometer hoch, wo für selbstgeübte mindestens eine Stunde brauchen. Diese Besichtigungstour ist mit Touristenbus nicht machbar, für Selbstfahrer jedoch schon. Kanuten mit Passage der Five-Finger-Rapids fahren regelmäßig früh ab Carmex-Kohl-Mine-Camp los und passieren nach etwa 36 Kilometern Fahrt auf dem Fluss die Stromschnellen zwischen 13 Uhr und 17 Uhr. Von Westen aus Dock, Alaska, über den Taylor-Highway, Alaska Route 5, und Top-of-the-World-Highway, Yukon-Highway 9. Der Highway ist größtenteils geschottert. Der Grenzposten zwischen den USA und Kanada ist nur von Mai bis September, 9 Uhr bis 21 Uhr, Yukon-Zeit, geöffnet. Mit dem Schiff obwohl der Yukon-River eine schiffbare Verbindung nach Whitehorse bildet und historisch von Dampfschiffen genutzt wurde, gibt es seit dem Bau der Allwetterstraße in Form des Klondike-Higweyer im Jahr 1955 heute keine Linienschifffahrt mehr, da die Schiffe nicht unter die beiden Brücken in Whitehorse und Carmex passten. Die Strecke zwischen Whitehorse und Carmex über rund 320 Kilometer bzw. weiter auch durch die gefürchteten Five-Finger-Rapids und Ring-Rapids nach Dawson City über 741 Kilometer ist allerdings bei kanadischen und deutschen Kajak- und Kanadierfahrern beliebt. Dies ist eine Wildnis-Tour, bei der die Kanoten unterwegs nur das Dorf Carmex zur Verpflegungsergänzung nutzen können. Mit Kanadiern werden für die 741 Kilometer zwischen Whitehorse und Dawson City meistens 17 bis 19 Tage und mit Kajak 14 bis 16 Tage gerechnet. Die meisten Kanoten fahren organisiert in Gruppen mit 6 bis 10 Zweierbooten einheimischer Bootsverleiher und Tourenveranstalter. Bei gutem Zustand der Straße um Igel in Alaska fährt ab 15. Mai bis 15. September täglich das Katamaran-Schnellboot Yukon Queen 2 mit bis 109 Passagieren und eventuell 2 bis 3 Kanus von Dawson City nach Igel Alaska, USA, und zurück. Abfahrt ab Dawson City 9 Uhr, Ankunft in Igel nach je nach Karte 164 bis 179 Kilometer um 12.30 Uhr, Ankunft wieder in Dawson City um 20 Uhr. Beachten, dass in Dawson City Yukon Time und in Igel Alaska Time mit einer Stunde Unterschied gilt. Das Schnellschiff ist von Holland America Tours vorwiegend für ihre Teilnehmer einer Kreuzfahrt an der Pazifikküste und durch Alaska sowie das Yukon Territory eingesetzt. Die Wechselbusse für die Touristen müssen also die Dirty Road bis Igel nutzen können, sonst fährt das Schiff mangels Auslastung nicht, wie 2010, als die unbefestigte Straße bei Igel durch Erdrutsch nicht nutzbar war. Mobilität zwischen Dawson City auf dem rechten Ufer des Yukon River und Dawson West auf dem linken Ufer fährt am flussabwärtigen Ortsenden nach dem Eisgang ab Mai bis zum Oktober Eisgang die Fähre George Black 24h täglich und kostenlos. Für zwei Fußgänger oder 60 TLKW. Fußgängern wird nachts die Nutzung einer Taschenlampe empfohlen, damit die eventuell am anderen Ufer liegende Fähre weiß, dass jemand übersetzen will, die Fähre hat also keine Fährzeiten, sondern fährt ständig bei jedem Bedarf. Sie verbindet nicht nur die beiden Ortsteile, sondern ist auch Verbindung für den Fernverkehr auf dem Klondike Highway im Yukon Territory, Canada, mit dem Top of the World Highway in Alaska, USA. Aktivitäten jährlich zum Canada-Tag am 1. Juli findet ein Festumzug, Canada Day Celebrations, statt. Bei der singt er mir aus dem Diamond to Skirties die Nationalhymne, eingerahmt von rot uniformierter ACMP, kanadischen Bundespolizisten. In der sehr kleinen Indianersiedlung Moosite etwa vier Kilometer flussabwärts wird alle zwei Jahre an den geraden Jahreszahlen Ende Juli das zweite Giga Moosite Gathering veranstaltet. Das ist eine Zusammenkunft mit Musik, Gesang, Verkauf indianischer Schnitzerein und Malereien, Essen und ohne Alkohol, an der auch Weiße teilnehmen dürfen. Transport zum Fest erfolgt mit kostenlosen kleinen Motorbooten ab kurz vor dem Fähranleger Dosen City. Eintritt, Speisen wie Lachs aus dem Yukon River und Elchfleisch sowie Wasser und Tee sind auch kostenlos. Eine kleine Donation, Spende, wird gern gesehen, jedoch nicht ernötigt. Einkaufen Lebensmittel sind nur im General Store an der Front Street direkt am Fluss zu kaufen. Alkoholische Getränke einschließlich Bier gibt es im vergitterten Liquor Store gleich um die Eche. Daneben haben die Restaurants mit Alkohollizenz eine Möglichkeit, die hier Takeout genannt wird. Man bekommt also Bier oder Wein auch zum Mitnehmen, darf das oder den jedoch nicht in der Öffentlichkeit trinken. Geschäfte mit Goldverkauf, Souvenirs und Musikträgern gibt es entlang der sehr überschaubaren Front Street mehrere. Sicherheit Dosen City hat einen Posten der ECMP, der kanadischen Bundespolizei an der Front Street gegenüber dem Park am Yukon River. Das gesamte Yukon-Territory gilt für Touristen hinsichtlich der Kriminalität als sicher. Im gesamten Yukon-Territory führen Einheimische wegen der Lage in der Wildnis häufig legal Langwaffen, Büchsen und Flinten, auch im Auto mit, wobei die Schusswaffen seit einer Änderung des kanadischen Waffengesetzes nach 2005 im Fahrzeug zu verdecken sind, dabei reicht eine über die Schusswaffe geworfene Decke aus. Kanadier brauchen für den Erwerb von Schusswaffen keine Erlaubnis einer kanadischen Behörde wie einer Waffenbesitzkarte oder eines Jagdscheins in Deutschland, sondern die Schusswaffe wird beim Kauf einfach nur registriert. Das Führen von Kurzwaffen, Pistole und Revolver, ist im gesamten Yukon-Territory seit der Goldrauschzeit von 1896-97 verboten. Die damalige NWMP als hiesige Polizei, Vorläufer der heutigen RCMP, wollte gesetzlose Zustände wie zu Zeiten des kalifornischen Goldrausches von 1846 und die Goldgräber-Anarchie wie an den alaskanischen Küstenorten 1896-97 verhindern und hat das auch konsequent durchgesetzt. Auch schon bei Touren an den Stadtrand und erst recht per Auto, Fahrrad, Boot oder zu Fuß durch die Wildnis ist zu beachten, dass hier Bärenland ist. Die hier vorwiegend vorhandenen Schwarzbären sind keine Teddybären-Marke Eisbärknut aus dem Berliner Zoo, sondern muskelgestählte Raubtiere, die schneller rennen als der schnellste Mann auf 100 Meter, die Bäume in Sekunden bis in die Wipfel hochklettern und die die hier schwachen Weisternen einfach umhauen oder schütteln, um an das lockende Futter zu gelangen. Deutsche dürfen ihre eigene legale Langwaffe als Protection Against Wildlife, Schutz gegen wild lebende Tiere, einfach mit dem Flugzeug nach Kanada einführen. Einer vorher bei kanadischen Behörden wie etwa der Botschaft Kanadas in Deutschland einzuholen, den Erlaubnis bedarf es nicht. Dies dürfen auch deutsche Touristen wie Kanuten, Schneeschuhgänger oder Autotouristen, eine Jagdeinladung u.a. ist also nicht erforderlich. Allerdings bedarf der deutsche Bürger bei der Ausreise am deutschen Flughafen der deutschen Waffenbesitzkarte des Jagdscheins und dem europäischen Feuerwaffenpass für die Ausfuhr aus Deutschland. Am Flughafen in Kanada muss nur das vorher aus dem Internet geholte und ausgefüllte Formular der ACMP Non-Resident Firearm Declaration Kafka 909 bei dem kanadischen Zollbeamten, nicht vorher, unterzeichnet werden. Die Schusswaffe wird vorgeführt und man bekommt nach Zahlung von 50, Kett, etwa 35, Euro, Gebühren eine Firearms-License für 60 Tage. Die Waffe muss auch persönlich wieder ausgeführt werden, darf also nicht in Kanada verkauft oder verschenkt werden. Die Langwaffe muss nach kanadischem Waffenrecht eine Lauflänge mit Kammer von mindestens 470 mm und eine feuerbereite feste Gesamtlänge von 660 mm haben. Deutsche Touristen haben zu beachten, dass der Transit einer in Kanada eingeht. Ausflüge Holland America Tours bietet geführte Touren mit Schlauchboot auf dem Klondike River ab dem kleinen Airport von Dawson City über 2,75 bis 3h bis zum Anleger auf dem Yukon River in Dawson City an. Die Schlauchboote sind für 6 bis 8 Mann und werden nur vom Guide gesteuert, die Passagiere müssen also nicht selbst paddeln, die Strömung treibt das Boot allein. sieben payingen sehr eine Testung. Untertitelung des ZDF, 2020